Biogasspeicherkraftwerke können nicht nur strombedarfsgerecht bereitstellen, sondern auch Wärme. Bei wärmegeführten Anlagen hat eine zuverlässige Versorgung der angeschlossenen Abnehmer mit Heizenergie immer Vorrang vor der Optimierung der Erlöse an der Strombörse. Um dennoch den Strommarkt optimal bedienen zu können, werden große Pufferspeicher genutzt. So kann Strom zu Spitzenlastzeiten produziert und die dabei anfallende Abwärme gespeichert werden. Diese steht dann später, zum Beispiel über ein Nahwärmenetz den angeschlossenen Verbrauchern zur Verfügung. So werden etwa Industriegebiete, öffentliche Gebäude oder auch Privathaushalte beheizt. Regional, nachhaltig und kostengünstig. 1 2 0 1